Hey Leute, es geht weiter mit Firewatch. Heute mal ein bisschen anders, ihr merkt es vielleicht schon. Das ganze Ding hier sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe nämlich leider ein kleines Problem gehabt. Nämlich ist mir die letzte Folge von Firewatch das Finale. Das hier ist das Finale. Die Ursprungsfolge ist mir leider kaputt gegangen. Das heißt, ich konnte sie nicht mehr verwenden. Deswegen gibt es jetzt hier so ein kleines bisschen Zusammenschnitt einfach. Ich habe dieses Gameplay auf YouTube gefunden. Und werde das jetzt einfach nachkommentieren. Es ist ziemlich schade. Vor allem, weil es dann auch gleich keine deutsche Übersetzung mehr geben wird. Naja, und meine ganzen Emotionen, die ich hatte beim ersten Mal, als ich dieses wirklich, wirklich, wirklich schöne, besondere Ende gesehen habe. Die sind leider auch alle verloren gegangen. Das ist ziemlich schade. Das ist wirklich ziemlich schade. Mich nervt es auch so ein bisschen, aber da kann man jetzt nichts machen. So, man macht sich jetzt also auf den Weg zum Lookout von der lieben Delilah. Ja, Delilah antwortet einem nicht, wenn man Bescheid sagt, dass man hier ist. Ich versuche es jetzt ein bisschen zu übersetzen. Aber ich denke mal, so ungefähr verstehen sollte man es ja doch können. Jetzt fahren wir mit der Seilbahn rüber und kommen dann auf der anderen Seite da an, wo Delilahs Ausguck ist. Das ist da oben. Und werden jetzt da hochgehen und gucken, ob Delilah noch da ist. Denn Delilah hat uns ja gerade nicht geantwortet. Und es kann ja möglich sein, sie hat uns das ja schon gesagt, dass sie sich schon auf den Weg machen wird mit dem Helikopter. Ja, und dann sich schon aufmacht. Aber die Hoffnung, dass sie da ist, ist immer noch bestehend. Guck mal, sie hat selbst das Klohaus hier schön eingerichtet mit Fußmatte, Have a good time und Blumen noch dabei. Was haben wir da noch? Da hing irgendwas. Ich glaube ein Zettel oder so, das hatte ich gar nicht gesehen in der Originalaufnahme. Naja, jetzt gehen wir hier auf jeden Fall den Weg hoch. Sieht alles ein bisschen anders aus. Ja. Delilah ist nicht zu sehen, tatsächlich. Ja, verdammt, sie ist wirklich weg. Sie ist wirklich weg. Naja, so sieht es hier bei ihr aus. Alles ein bisschen anders. Ja, vielleicht auch ein bisschen freundlicher und ordentlicher. Aber gut, ist halt eine Frau, ne? So, hier haben wir noch ein Buch. Das brauchen wir natürlich nicht. Oh, guck mal, sie hat sogar eine Nachttischlampe hier. Und hier redet sie mit uns. Sie hat nicht so ein Funkgerät, sondern sie hat gleich so einen ganzen Kopfhörer mit Headset. Hallo, ist da jemand? Hallo, ich bin's. Du bist nicht hier. Nein. Sei nicht sauer, oder? Ja, sauer. Bin ich nicht. Ich konnte einfach nicht hierbleiben. Ich hab's verstanden. Wirklich? Ich glaub schon. Es sollte nicht lang dauern, bis der Helikopter kommt. Okay. Genau, das war die ganze Geschichte. Ich hab's verstanden. Wir haben ein Feuer verstanden. Wir haben quasi ein anderes. Ja. Okay, so das ist ein Wache. Oh, ich muss mich herausfinden, was ich jeden Sommer aus dem Sommer mache. Das ist nicht das. Ich weiß nicht mehr, was sie jetzt im nächsten Sommer machen soll. Nein. Und du musst hier nicht mehr hinkommen. Ja. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes passiert. Ich sag dir was. Warum wählen nicht du für mich und ich wähle für dich. Okay, sie überlegen für sich gegenseitig, was sie machen sollen ab dem nächsten Sommer. Also so ein Vorschlag. Ne? Ja, für sie und sie für ihn. Einfach so aus Spaß. Ja, vielleicht kommen sie ja mit nach Boulder. Mit ihm. Nur so ein Gedanke. Aber sie scheint nichts zu wollen. Ja, sie hat noch andere Sachen zu tun. Also, was über mich? Und wird ihn gleich mal besuchen kommen. Ich denke, du sollst zu Julia gehen. Und dann kannst du es herausfinden. Vielleicht gibst du den Textrader in eine gute Use. Gib mir einen sexischen Akzent oder etwas, wenn du darüber geschrieben hast. Ich, ähm... Ja. Du musst sie sehen. Das ist auch, denke ich, das einzig Richtige und Vernünftige. Würdest du? Henry, ich... Er ist hinkommen, um seine Gedanken zu vergessen. Also, seine ganzen Sachen. Und hat es aber nicht geschafft. Und das hat nichts gebracht. Ich erwarte nicht, dass du wissen willst, was das ist. Aber ich... Ich... Ich muss einen Weg finden, um weiter zu gehen. Ich muss etwas tun. Ja, er will... Er will einen Weg finden. Wenn du nicht... Dann... Das ist... ...dass Gott hat Booze, ich glaube. Das Ganze zu vergessen. Ich bin schuldig. Aber ich muss weiter zu gehen. Ich hoffe, dass du es machen kannst. Ich hoffe, dass du es machen kannst. Da ist der Helikopter. Oh, der Helikopter kommt. Bill, ich werde dich zurück, wo du hiked hast. Good luck, Henry. Ja, viel Glück. Thanks, Talala. I appreciate it. I mean it, Henry. Good luck. Thanks. Bye, Hank. Ja, und das war es dann wohl für die beiden. Es ist kein Happy End. Definitiv nicht. Aber es hätte an der Stelle auch meiner Meinung nach nicht gepasst. Es ist... Ja, viele haben gesagt, habe ich schon gelesen, unter anderen Videos, dass es nicht unbedingt so tolles Ende ist. Dass ihnen das Ende nicht so gefällt. Das Spiel gut bis auf das Ende, das kann ich nicht bestätigen. Ich finde das Ende sehr passend zu dem ganzen Spiel. Happy End wäre hier meiner Meinung nach nicht passend gewesen. Naja. Jetzt gehen wir zum Helikopter. Da werden wir dann tatsächlich das erste Mal einen Menschen sehen. Überhaupt in diesem Spiel. Nämlich der Feuerwehrmann, der uns da gleich reinzieht. Und das war es dann. Dann ist Firewatch vorbei. Wenn es mit den beiden weitergeht, wenn es generell mit Henry weitergeht und wenn Julia weitergeht, das erfahren wir nicht aus dem Spiel. Leider. Aber es ist auch gut so. Ich finde, es ist gut, dass wir gehen. Naja. Und dann fliegen wir ab. Und das soll es gewesen sein mit Firewatch. Die Credits sind in dieser Aufnahme leider nicht mehr drin. Ich hätte sie euch gerne noch gezeigt. Die war noch mit schöner Musik hinterlegt. Und da hätte ich auch gerne noch so ein bisschen mein Feedback zum Spiel gegeben. Das kann ich jetzt noch kurz und knapp machen. Ich fand das Spiel einfach nur super toll. Das hat mir alles sehr gut gefallen, auch wenn mein Let's Play dazu vielleicht so ein bisschen holprig gewesen ist. Das lag aber nicht am Spiel, sondern vorwiegend an mir und der Technik. Musik war Wahnsinn. Die Geschichte zwischen den beiden war super. Die Stimmen von den beiden waren super. Die haben sich echt perfekt ergänzt. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu spielen. Es ist jetzt leider schade, dass das hier nicht die Original-Folge ist. Aber ich kann es nicht ändern. Gut, Leute. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich habe so ein bisschen auch am Upload-Plan rumgeschraubt. Wird alles ein bisschen anders werden. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns wieder in einem neuen, anderen Projekt. Hier bei mir. Bis dann. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns wieder in einem neuen Projekt. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns wieder in einem neuen Projekt.